Oh, geile Musik, Alter. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Aufnahme. Ich bin heute hier mit dem Erik. Hallo, Erik. Hallo. Und wir spielen Die Siedler 2, die 10. Anniversary Edition. Das Spiel Siedler 2 ist älter als wir beide, glaube ich. Also es kam 97, 98 raus und die 10. Anniversary halt dementsprechend 10 Jahre später. Mit ein bisschen besserer Grafik, die mittlerweile auch outdated ist. Ja, und wir haben vor drei Wochen das Spiel schon mal gespielt. Und es ist einfach so ein geiles Spiel. Es ist für mich ein absolutes Kindheitsspiel. Erik, für dich ja irgendwie auch, hast du gesagt. Ich fand es sehr entspannt und witzig, ja. Ja, genau. Und du hast es jetzt legit einmal gespielt. Genau. Da haben wir so auf Green mal so eine ganz kleine Karte, mal ein bisschen gegen die Bots gezockt. Und jetzt, jetzt versuchen wir uns mal zusammen im Team. Wir sind beide Team 2. Erik ist blau, ich bin rot. Gegen diese beiden Leute. Ähm, genau. Die sind jetzt beide in einem Team. Wir beide sind in einem Team. Der eine von den Gegnern ist nur mittelspär, der andere ist, ähm, spär. Äh, ja. Wir hatten uns gerade mal ganz kurz angeguckt. Nur für eine Sekunde, um mal zu schauen, ob es gut aussieht. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach mal ready und gehen mal rein, Erik. An was ich mich noch erinnere. Ich glaube, ich weiß halt nicht. Ich glaube, die Bots sind, also das ist das Gute, selbst die schweren Bots sind jetzt auch nicht super krass. So. Siedler 2. Ich drücke erstmal auf Leertaste. Ich erkläre mal ganz kurz das Spiel. Ach, guck mal, wir sind tatsächlich gegenüber voneinander. Oh, shit. Oh, shit. In diesem Spiel ist es das Ziel, gegen die Bots natürlich in dem Fall klarzukommen. Und das macht man, indem man langsam sein Territorium erweitert, ausbaut und so weiter und so fort. Und das macht man hier, indem man diese, in diesem komischen, tollen Raster diese Straßen baut. Und da ein Gebäude auf die Straßen setzt. Genau. Erik, weißt du auch noch, was du tust? Zeig mal her, was machst du denn du gerade da oben? Ich baue, ich baue Holz ab und ich baue Holz wieder an, weil ich bin so nachhaltig. Ja, wenn du mal M drückst, wenn du M drückst, siehst du mich auch auf der Karte. Ah ja, perfekt. Sehr gut. Da weißt du das dann. Das ist gut. Ja. Wir sind hier beieinander. Ich werde jetzt so starten, mir kurz mal alles durchzulassen, was es gibt. Dann fällt mir, glaube ich, auch wieder ein, was ich tun muss. Genau. Ja, ich bin auch gerade, ich habe sicherlich seit dem letzten Mal auch nicht mehr weitergezockt. Das heißt, ich bin auch ein bisschen raus. Das ist sehr gut. Ich bin mir sicher, wir kriegen das hin. Da bin ich mir auch sicher. Okay. Das letzte Mal hat das ein bisschen einfacher gemacht, weil es überall mehr gab. Und man fischen konnte. Das hat man hier schon mal nicht. Stimmt, du hast recht. Ja. Okay. Äh, genau. Also was muss man am Anfang alles machen? Also man guckt, dass man Holz hat. Eine Holzquelle. Man guckt, dass man eine Steinquelle hat. Diese wunderschönen Steine, die hier rumliegen. Ich bin gerade so noch total unsicher, wie ich die am besten abbaue. So, wahrscheinlich. Ich weiß, dass ich Erze brauchte für irgendwas. Genau. Wir fangen erst mal vorne an. Genau, also wir machen erst mal Sammels, also die Sägemühlen, damit du dein Holz schreinern kannst und eine Grundressource, um daran zu bauen. Und dann halt so einen Steinbruch. Du siehst ja links unten bei dir so Steine überall. Du musst übrigens auch nach rechts unten, dass du die Mitte siehst auf der Karte, ja. Ah, diese Steine sind auch abbaue, abbaue links unten? Bei mir? Diese Steine, diese grauen, ja. Ah, ja, okay. Das hatten wir das letzte Mal ja nicht. Ach, stimmt. Da gab es die gar nicht. Natürlich, du hast recht. Genau, du musstest so eine Query daneben setzen. So einen Steinbruch. Ja, okay. Ah, ah, okay, also funktioniert das. Okay. Ah, ah, okay. Okay, gut, danke. Ja, alles gut. Ah, okay. Ich versuche gerade ganz penibel hier so ein Gitternetz einzuhalten, was mir mal irgendwo allein vorgeschlagen wurde. Hast du mir mal letzt gesagt. Ja, ich glaube nicht, dass es so super wichtig ist, aber das soll irgendwie das Beste sein für die Viecher zum Klarkommen. So, und ich würde sagen, wenn wir dann irgendwann ein bisschen drin sind, machen wir die Geschwindigkeit ein kleines bisschen hoch, damit wir heute auch noch fertig werden. Aber jetzt aktuell ist erstmal ganz entspannt. Ja, ich muss sagen, ich mag diese Musik und alles. Es ist einfach so schön. Ich muss auch echt sagen, diese Erklärungen im Spiel sind halt so gut, wirklich. Also, es steht ja überall dabei, was Dinge tun. Ja, stimmt. Das ist irgendwie richtig. Also, sehr anfänglicher freundlich, muss man sagen. Diese Art von Tutorials, die würde ich mir in modernen Spielen auch immer wünschen. Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Das ist wirklich sehr easy. So, jetzt laufen hier überall so ein paar Viecher rum. Die kann man ja für ein bisschen Fleisch sich gönnen. Sag mal, wenn ich mit der Kohle-Mine Kohle überbaue zum Beispiel, also das würde ja so ein, zwei Felder einnehmen, kann diese Kohle dann nicht mehr abgebaut werden? Oder wie funktioniert das? Wenn du, Moment, das gucken wir mal kurz an. Es gibt ja so Schilder, wo Kohle draufsteht. Wenn ich dann so ein Kohle-Schild überbaue mit einer Kohle-Mine, kann dann das Schild, was unter der Kohle-Mine liegt, quasi nicht mehr abgebaut werden? Nee, 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 genau. Das ist nicht so, das ist einfach nur so, dass es dir anzeigt, dass du überhaupt Kohle ist zum abbauen. Ich sehe gerade, passt auch, dass du da auch weiter lang bauen kannst. Du hast dir eine Kohle-Mine jetzt so gebaut, dass du da kein Wachpostenhaus mehr hinsetzt. Bei mir habe ich da so eins, wenn du mal bei mir guckst. Das ist sowas. Also, das funktioniert einfach so, dass die Kohle-Mine in einem gewissen Radius, ich glaube, so und so viel Felder um sich herum, die ganze Kohle abbaut. Genau. Das heißt, es ist egal, ob da jetzt was draufsteht oder nicht oder so. Das ist völlig relevant. Genau, wie erweitert man sein Territorium mit Militäreinrichtungen? Da haben wir hier alles von einer Baracke, die ganz kleinen Gebäude, hin zu einem Garthaus, einem Wachhaus quasi, einen größeren Wachtturm und einer fetten Festung. Da passen dann einfach mehr Leute rein. Ähm, boah, also, wie erklärt man das? Also, das Spiel funktioniert komplett über diese Militärtypen, die in Gebäuden drinnen hängen. Das sind die hier alle. Die haben verschiedene Stufen. Die Stufen heißen, dass sie mehr Leben haben. Wenn sie mehr Leben haben, halten sie mehr aus gegen andere Gegner. Die Leben kriegen sie mit Goldmünzen. Goldmünzen müssen wir wiederherum herstellen aus Gold und sowas. Und dann brauchen wir Metall, um Waffen herzustellen. Also, Eisen meine ich. Und so ein Zeug. Also, da kommen wir dann, glaube ich, alles noch zu, wenn wir uns mal ein bisschen ausgebreitet haben hier. So, ich mache jetzt mal eine Stufe schneller. Mach das, ja. Boah, jetzt haben wir so einen riesen Startgebiet hier. Das ist eigentlich super, um direkt irgendwelche Farmen und sowas für Essen hinzubasteln. Ist das so, dass ein Garthaus, ich sage es mal in Deutsch, also eine Festung, erweitert dein Gebiet weiter als ein kleineres Gebäude? Ah, ja. Immer ein Feld weiter, sage ich jetzt mal. Was ist denn mit meinem Feld? Aber auch, macht das das auch, wenn da nur eine Person drin ist? Ja. Ah, ja. Okay, spannend. Die eine Person ist bei dir wahrscheinlich gerade nur drin, weil gerade keine anderen Gegner da sind. Und du hast ja unten dieses Global hier, dieses Lampenmenü, diese Birne, Glühbirne unten. Und da kannst du beim zweiten Tab ja einstellen, dass ab wann, wie viele Leute da drin sind in deinen Gebäuden. Wie viele Garthaus, Wachmänner. So, oben links haben wir so ein kleines Menü, wo uns alles mögliche angezeigt wird, was gebaut wird und was gefunden wird und was erobert wird. Oh, und wir haben Gold. Gold? Oh, oben rechts, da, wo du deinen Fürster gebaut hast, da ist scheinbar Gold. Das ist richtig gut. Weg, warte. Sehr gut. Dann muss man die Verlangen dort hinsehen. Ja, musst du nicht. Du kannst auch einfach draufbauen, sobald du das Gebiet frei hast. Ja. Aber, genau, trotzdem ist es nicht schlecht, umzugucken, ne? Also, guck mal nach. Genau, der Geologo ist quasi einfach dafür da, ich sag's nochmal für alle, das ist aber eigentlich ziemlich errichtlich, genau, halt, um festzustellen, was da für ein Zeug rumliegt, was da so glitzert, auf diesen wunderschönen Feldern. Ähm, bei einer Farm macht es Sinn, dass man alles um die Farm freilässt, oder? Damit sie dort Getreide anbauen kann. Exakt, so ist das, ja. Zeig mal her. Das sieht gut aus, ja. Das sieht gut aus. Dann mach ich das mal. So. Ich bin. Also, hier ist überall Kohle, okay. Am Anfang haben wir ja ein bisschen Kohle, aber schon dann nicht mehr. Du machst es schon gut, dass du jetzt direkt auch einen Fürster dahin gebaut hast. Der ist ja dafür da, um die Bäume wieder anzubauen, ne? Nachhaltig, wie der Eirik ist. Oh, die Karte ist doch nicht so groß. Also, ich glaube, wir haben dann doch recht schnell auch Kontakt zu Feinden. Ähm, das Getreide auf der Farm, das muss ich dann in die Mühle bringen, oder die Mühle macht dann Mehl und das kann ich dann in die Bäckerei bringen und dann krieg ich das Brot oder wie? Yes, genau. Ah ja, perfekt. Einwandfrei. Perfekt. Das macht physikalisch Sinn. Schätze. Physikalisch, ja. Also, ich meine, es funktioniert jetzt auch in der echten Welt, also es macht Sinn, dass es nur funktioniert. Ja, genau, genau. Und du brauchst halt noch gewisse Ressourcen, genau. Zum Backen brauchst du immer noch Wasser. Wasser kriegst du aus dem Backen. Ah, Wasser. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, das zeigt es ja alles an, wenn du aufs Gebäude drauf klickst. Also, wirklich sehr benutzerfreundlich gemacht. Ja, korrekt, korrekt. Okay, dann machen wir mal, nehmen wir mal Wasser irgendwo her. Und dann, ah ne, hier nicht. Nicht, nicht dort. So, gucken wir uns nochmal an, hier die kleinen Männle, wie sie rumlaufen. Ja, süß. Ach, schön hier. Ah, die haben alle verschiedene Rollen. Die Rollen erfüllen sie dadurch, dass sie Werkzeuge bekommen. Und dann machen wir wiederum wieder aus dem ganzen Eisen, was wir mal finden können auf der Karte. Oh. Das ist doch alles direkt hier, sehe ich. Die ganzen Ressourcen. Das Spiel ist schon witzig, ey. Ja, schon irgendwie muss ich sagen. Es ist so schön simpel. Ja, genau. Es ist doch einfach, ich finde es einfach entspannt. Einfach entspannt. Es ist echt entspannt, ja. So, ich muss mal aufpassen hier. Ich expandiere gerade ein bisschen viel. Ich habe jetzt Sorge, dass jetzt gleich die ganzen Bots um die Ecke kommen. Es wird aufgefallen, wenn sie ja Donkeys, wenn sie eine Donkey-Farm bauen. Ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Die braucht man wiederum, ne, weil die Ressourcen ja über die Wege transportiert werden. Von den kleinen Männlein. Von den Siedlern. Und das dauert halt seine Zeit. Und das kann man dadurch erschnellen, dass irgendwann, wenn die Wege viel genutzt werden, die Wege versteinert werden. Und dann da ein kleiner Esel noch mit rumlaufen kann. Ein kleiner Esel. Ein kleiner Esel. Und dieser kleine Esel, der erhöht einfach mal die Kapazität. Das ist sehr schön. Huch, das war eine Pik-Farm. Das ist falsch. Ah, jetzt habe ich mich missgebaut. Glaubst du, so ein Brunnen liefert genug Wasser für eine Mühle und eine Donkey-Farm? Oder solltest du da zwei Brunnen schon bauen? Ja, eigentlich immer jeweils ein Brunnen, ja. Aber du wirst dann eh wahrscheinlich ausreichend Wasser haben. Also ist das so eine gemischte Sache. Also, wir werden wieder ab. Wenn du irgendwas abreißt, kriegst du, wie viele Ressourcen bekommst du da wieder? Immer die Hälfte. Das macht Sinn. Immer die Hälfte. Also, wir müssen aufachten, was man so macht. Boah, ich bin hier gerade ein bisschen, ich mache gerade irgendwie super viel auf einmal. Ich merke, dass, äh, ich habe jetzt in jede Richtung irgendwie mich erweitert und die sind jetzt überall. Das ist schön aus bei dir. Das sieht sehr strukturiert aus, muss man sagen. Aber, ja, ich weiß nicht, ich kann mal kurz, ich gucke nochmal kurz zu dir rüber. Guck mal an, was das der Eric macht. So, du hast jetzt schon zwei Kohlen hier. Irgendwie Eisen, sonst kann ich keine Waffen bauen, dann kann ich keine Soldaten bauen. Genau, kann ich dir schon mal sagen, Eisen ist scheinbar links oben, da, wo du gerade eine fette Versuchung hinbaust. Perfekt. Das habe ich mir fast so gedacht und das freut mich. So, das ist schon mal eine Goldmine. Jetzt brauchst du, um das Gold noch zu Münzen zu machen, brauchst du dann noch eine Münzerei, ne? Und die Kohle. Ah, gut, dass du sagst, da habe ich nicht gedacht. Genau, alles gut. Äh, Münzerei, ja, 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 das klingt sehr gut. Die mache ich am besten weit vorne, also in der Richtung, wo ich dann angreife, damit die Münzen dann immer gleich dorthin geschafft werden können. Wie war das? Die Münzen und die Waffen werden in ein Lagerhaus geschafft und dadurch entstehen dort Soldaten im Lagerhaus, oder? Ähm, ne, das ist nochmal ein bisschen anders. Die Soldaten entstehen dadurch, dass du Bier und Waffen, also Schild und Schwert, in einem Lagerhaus hast und noch mehr Goldi-Loll. Und die Münzen brauchst du, um in den Militärgebäuden die Leute abzugraden. Also das ist quasi zwei verschiedene Sachen dann. Ah, perfekt. Okay, aber ja, okay, das macht Sinn. Aber das heißt, oh hier, schlafen gerade Dinge, okay, ich muss mal kurz gucken, irgendwas mache ich falsch. Ähm, aber das heißt, ähm, was heißt das? Das heißt, das Lagerhaus sollte ich möglichst in die Richtung bauen, wo ich expandiere? Also wo ich die Gegner dann eingreife, damit dann diese Daten an den Turm... Ah ja, perfekt. Danke. Genau, genau. Okay, das macht Sinn. Was wollte ich gerade bauen? Eine Münzprägerei, stimmt. Genau, eine Münzprägerei. Aber ich muss mich jetzt auch erstmal ordnen. Ich mache jetzt die ganze Zeit hier Zeug. Ich habe jetzt schon mal angefangen, mein Eisen anzuzapfen und dann eine Eisenschmelze hinzubasteln. Dann mache ich jetzt... Tja, was brauche ich denn als erstes? Ich würde sagen, eine Schmiede. Erstmal nur eine Schmiede. Ich mag das Spielen. So, dann zappen wir jetzt auch mal die Kohle an. Okay. Taddeus, komm, Konzentration hier. So, stimmt. Ich würde mir vielleicht ein bisschen mehr als eine... Als einen Holzfäller bauen. Ich habe mir gerade noch gar keinen Fürster hingesetzt. Das würde ich jetzt auch mal angehen hier. Das machen wir jetzt einfach mal direkt hier. Und da noch einen hin. So, zeig mal her. Uiuiui, da hast du schon eine ganze Menge gebaut. Alter Schwede. Bin dabei. Ah, jetzt habe ich doch hier Eisen irgendwo wahrscheinlich. Geil. Okay, das ist wichtig. Und jetzt braucht eine Brauerei, damit ich dann... Dinge tun kann. Genau. Das möchte ich jetzt auch gleich mal angehen. So, das, das. Dann mache ich mal hier den Fürster hin. Und hier ist nochmal mehr Kohle. Weißt du, was extrem witzig ist? Ich habe das Spiel ja mal vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren oder so einmal oder zweimal gespielt. Und mir ist da noch in Erinnerung geblieben, wegen diesen Flaggen, wie man diese Flaggen... Also, ist ja doch auch relativ logisch, wie du quasi maximal viele Flaggen bekommst, indem du halt immer am Rand anfängst. Aber ich fand es einfach witzig, dass diese Erinnerung aufgeploppt ist von vor 10 Jahren. Am Rand anfängst du? Achso, dass du, wenn du einen Weg baust, meinst du, dass du seit... Achso, ich versuche es mal besser zu erklären. Wenn ich quasi eine Flagge... Also, ich habe irgendeine Flagge und dann tue ich die erste Flagge ganz weit wegsetzen, weil ich dort meinen Geologen hinnehmen möchte, um das auszukundschaften. Dann kannst du ja zwischen dieser eine Flagge und der anderen Flagge ganz viele Flaggen bauen, dass du quasi ganz außen anfängst, damit du maximal keine Flaggen bekommen kannst. Genau, die Wegpunkte quasi. Ja, ja, genau. Ich fand es einfach lustig, dass diese Erinnerung aufgeploppt ist von vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, weißt du. Ja. So, Hauerei. Nicht ablenken lassen hier. Ja, stimmt, genau. Ich habe ein bisschen Sorge, weißt du, dass die KI hier gleich, die schwere KI gleich richtig eskaliert. Ich auch, ehrlich gesagt. Boah, ich bin jetzt so unkonzentriert gerade. Also, ich bin jetzt so unkonzentriert gerade. Werby macht ja richtig schnell Arbeit, okay. So, Münzprägerei, habe ich gesagt. Münzprägerei, okay. Äh, nicht Prägerei, sondern Brauerei. Brauerei. Was braucht das denn? Bier? Genau. Water from the well and crane from the farm. Okay, jetzt brauche ich noch mehr Farm. Bei mehr, okay. Das bekommen wir doch easy hin. Hier noch eine Farm. Genau. Ich muss das jetzt auch mal machen, was du machst hier in der Zeit. Also. Äh, 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 wir machen hier die Brauerei. Da, wo ist sie? Da ist sie. Dann machen wir hier eine Farm. Das kann ja für beides reichen. Mal schauen. So, ich ändere jetzt mal hier noch ein paar Sachen. Ach, das ist ja das Tolle, das ist über dieses Logistikmenü, diese, diese, na, diesen, wie nenne ich denn das? Ich nenne es ja immer mal Logistikmenü, das ist die Wirtschaftseinstellungen, der, der, die Glühbirne. Da kannst du ja einstellen, in alles mögliche, was in welcher Reihenfolge transportiert wird und so, das ist total. Ja, das musst du aber machen, wenn ich irgendwann freie Kapazität in meinem Kopf habe. Das, aber nee, das ist eigentlich nicht so wichtig. Das ist, ehrlich gesagt, du kannst es ja mal lassen, wenn du es bist. Das ist so Micro-Dichro-Zeugs. Weißt du was, Erik? Lass es einfach. Just don't do it. Einfach ganz entspannen. Wir bauen hier ein bisschen, dann treffen wir auf ein paar andere Leute. Dann machen wir es jetzt fertig. Das werden wir sehen. So, ich brauche auch mal ein Lagerhaus. Genau. Das war mein Gedanke, geil. Das ist auch mein erstes. So, Storehouse ist das, oder? Genau. Okay, perfekt. Dann brauche ich das mal hier vorne. Die brauchen wir einfach, damit wir unser Hauptquartier, was die ganzen Ressourcen gespeichert hat, die wir so haben, dass wir das auslagern können und dann weiter vorne unsere ganzen tollen Ressourcen speichern können. Oh Gott, ich habe erst einen feinen Kontakt. Oha. Oh oh. Wir werden alle sterben. Oh oh. Zum Beispiel, es ist eins zu viel, sondern erst mal Metalwork. Dann muss ich mal schauen, ob meine ganzen Dinge, die ich hier gebaut habe, überhaupt irgendwas machen oder ob ich irgendwas vergessen habe. Ja. So, die gute Farm, die fängt jetzt hier an. Oh. Zeug zu produzieren. Sehr schön. Sehr schön. Schön, da hat das Weizen. Tut's weg. So, ich glaube, bei dir wird es langsam Zeit, dass du dich mal ein bisschen weiter ausbreitest, ne? Hm. Ja. Das klingt schlau. Das solltest du. Ich baue mal hier noch ein bisschen Quark. Machen wir den, dann machen wir den, dann machen wir den. Ach, tolles. Tolle Beschreibung. Dann machen wir den, dann machen wir den. Oh Gott, ich habe es angegriffen, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist die schwere K.E. Das ist die schwere K.E. Das ist die schwere K.E. Ich versuche mal, in deine Richtung zu extendieren. Das geht dir nicht. Das ist schlecht. Oh, ich bin da nicht drauf, wo rein ist. Oh mein Gott, ich habe viel zu wenig Essen. Hält mir gerade auf. Ich habe zu haufenweise Gold, ich habe das noch nicht gemünzt. Ja, ich habe das Essen vergessen. Das ist immer ganz gut in der Gesellschaft, das Essen zu vergessen. Ja. Das Essen brauchen wir nur die Leute in der Mine, um ihre Arbeit zu verrichten. Ah, danke, dass du ruhig nochmal drauf hinweisen. Oh nein, ich werde jetzt echt den Punkt verlieren. Oh damn. Ja, meine Leute kommen nicht hinterher. Fuck. Okay, das ist gerade ein bisschen ungünstig. Okay. Jetzt muss ich hier mal die entsprechenden Protokolle einleiten. Ja, wir haben nicht umsonst die Schwerke. Schützmodus. Ja, das, äh, erinnere mich nochmal dran, ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder nicht. Das werden wir noch sehen. So, hier gibt es auch die auch noch. Oh Mist. Also, er hat mich jetzt gerade angegriffen, aber ich habe das gar nicht richtig gezeigt. Doch, jetzt macht er es schon wieder. Jetzt kommen schon wieder Soldaten angewatschelt. Oh je, okay. Mist. Und ich habe mein Storhaus noch nicht fertig. Oh, das kann jetzt richtig dreckig laufen. Schöne, ich habe das. So, die gräfen wir jetzt hier nämlich, die gräfen wir jetzt nämlich einfach an hier. Wir schlagen so lange aufeinander ein, bis irgendwann einer nicht mehr genug Leben hat. Die Startsoldaten am Anfang haben nur drei Leben. Und je mehr Goldmünzen die kriegen, desto mehr Leben haben die, wie gesagt. Das könnte gerade schlechter nicht laufen. Oh je, ich bin überhaupt noch gar nicht vorbereitet dafür. Sehr gut. Ich auch nicht. Alles ist doch ein bisschen die Spannung, die wir sind. Ich bin doch jetzt hier am Wasser, das heißt, ich kann doch hier jetzt mal richtig schön mit Fisch reinballern. Fisch reinballern, das ist doch wunderbar. Ich glaube, diesmal habe ich ihn abgewehrt bekommen. So, ich gerne. Okay, wie sieht es mit meinen Ressourcen aus? Ganz okay. Ich habe viel zu viel Gold. Jetzt muss man jetzt mal umstellen, dass man hier mal ein bisschen mehr hier. Goldmünze kriegt es weniger Essen. Kohle kriegt viel mehr. Also müssen wir auch gleich mal schauen. Diese Feinheiten. So wird das Bier eigentlich produziert. Nicht wirklich. Gedankendlos. Jetzt baut er auch noch den, geht das Gebäude aus. Ich aber auch. Macht eine Pickfarm direkt irgendwas oder brauchst du dann noch ein Slarderhaus oder irgendwie sowas? Ja, du brauchst noch, genau. Du brauchst noch ein Schlachthaus. Das macht erstmal Schweine und dann aus den Schweinen musst du halt erstmal schlachten, um Fleisch draus zu machen. Jetzt kräft er mich schon wieder an. Ach, das ist ja, aber ich verstehe irgendwie den, ich weiß, die Diskussion hatten wir letztes Mal. Aber zwei Farms machen, also Farms machen Getreide. Getreide geht in ein mittleres Gebäude, Mühle geht in ein mittleres Gebäude, Bäckerei, da ist Brot. Und wenn man eine Pickfarm hat, geht es in ein großes Gebäude und dann in ein mittleres Gebäude. Also inwiefern bringst du dann die Pickfarm? Vielleicht hat sie eine höhere Produktion alles. Du meinst, warum man zwei große Gebäude macht und dann noch mittleres statt zwei, also große, zwei Mittleren. Genau, warum sollte man nicht jedes Getreide in Brot verwandeln? Warum sollte man überhaupt Schweine machen? Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass du einfach verschiedene, ja, ich habe keine Ahnung. Also ich würde sagen, einfach, oh nee, besiegt ihr mich jetzt schon wieder? Nee, ich schaff's. Ich habe noch genau gerade rechtzeitig genug, Leute. Also ich habe dann einfach eine bessere Produktionsrate an Fleisch oder so. Ich schätze, irgendwie sowas würde es sein. Ich würde euch jetzt mal raten, ohne es zu wissen. Ja, das könnte sein. Boah, ich kriege es tatsächlich verteidigt. Sehr gut. So, wenn ich jetzt mal in die Statistik reingucke, wie sieht es denn mit der Militärstärke aus? Da bist du gerade bester. Ich bin bester. Wie mache ich denn? Ach so, weil die sich alle gegenseitig töten oder was? Also ihr euch. Na ja, ja, ja. Also gut mache ich das nämlich gerade nicht, glaube ich. Ich bin gerade schlechtester. Ich bin gerade richtig, richtig schlecht dran. Sehr schön. Jetzt habe ich meine Hütte schon mal fertiggestellt. Oh Mann. Okay, also es ist alles ein bisschen chaotisch. Ich muss jetzt erstmal für mehr Essen sorgen. Ich habe jetzt Essen hier unten durch Fischerhütten. Das gibt es noch. Guck mal hier rein. Ich habe ganz, ganz viele Fischengurts. Das ist super. Das heißt, ich kann noch mehr Fischerhütten bauen. So viele, bis ich blöd werde. Ja, bis ich blöd werde. Unbedingt Eisen. Ich habe das ganze Spiel noch kein Eisen abgebaut. Ja, es geht. Du kannst es ehrlich gesagt das einfach lassen und voll auf die Goldproduktion gehen und halt einfach alle deine Leute in ihren gesamten Gebäuden erstmal richtig zu fetten Generälen und sowas machen. Ja. Hält mir gerade ein, man muss ja, ich will das ja so machen, dass die Leute hier rausgehen. Oh, hier ist ein General. Stimmt, ja. Hier in meiner Stronghold ist ein General. Ja. Den will ich jetzt evakuieren, damit dann die andere Ist da nur eine Person drin? Das Ding ist halt, in dieser Stronghold sollst du möglichst viele Leute drin haben, weil das habe ich dir schon mal erklärt, je mehr Leute drin sind, desto mehr lohnen sich die Münzen. Ja, das stimmt. Oh, da kamen gerade eine Münze, sehe ich gerade. Aber ich bringe sie jetzt mal in die Richtung von meiner Expansion, falls dann irgendwann ein Gegner kommt, damit ich vorbereitet bin. Aber ja, ich habe jetzt zwei Generäle, also das ist genauso passiert, wie du gesagt hast, die wenigen wurden halt geupgradet. Aber das ist das Gute, man hat so jetzt schon einen riesen taktischen Vorteil. Also wenn du dann kämst und mir helfen würdest, das wäre genial. Ich versuche gerade mein Bestes in die Richtung zu kommen. Ja, komm, wir sandwichen jetzt, bevor der andere Spieler kommt. Ja, ja, save, save, save. Das machen wir so. Let's go. Boah, hier ist ja überall. Was ist das hier? So, die Query kann ich jetzt auch abreißen. Oh, habe ich es gar nicht. Witzig, witzig, witzig. Ich habe jetzt ein Bakery gebaut. Stein. Fehlt mir denn gerade irgendwas? Habe ich denn kein Holz, kein Stein? Ich habe kein Holz. Ach, verdammt, ich muss ja auch Sägerei, Sammels, muss ich bauen. Ja, genau. Einen hast du, das sehe ich gerade. Ja. Ja. Ist ein bisschen wenig. Oh, boah, du hast vor allem ein haufenweise Farben und alles, was du gerade hinstellst. Ja, du hast wahrscheinlich wirklich gleich einen Holzmangel, ja. Nee. Hm. Habe ich schon. Ich habe null Holzbretter. Ich habe zwar gutes Holz, aber ich habe null Holz. Ja, vielleicht brichst du mal ein paar von den Farben wieder ab, oder machst die Wege weg, damit du die Ressourcen bündelst auf Fokusiert auf das, was ich brauche, meinst du? Genau, exakt, exakt. Okay, ich versuche das mal über dieses Wirtschaftsmenü zu mal. Guck mal, ob das ein Begriff. Hier schleppen sie das Zeug an. Boah, okay, also der Feinkontakt war jetzt schneller als gedacht, aber das war natürlich auch vor allem mein Verschulden hier. Was mich gerade nur ein bisschen nervt, ist, dass der jetzt hier die Goldmünzen irgendwo hinschafft zum Anus der Welt, aber nicht. War passen. Aber halt nicht dahin, wo ich sie eigentlich bräuchte. Ich gucke jetzt gerade, dass meine ganzen Häuser möglichst effizient geleert sind. Metalworks brauchen auch als Bretter, gut zu wissen. Genau. Das Metall- Metallwerk macht... Ach, perfekt, jetzt habe ich das Storhaus fertig, jetzt kann ich die Leute nach vorne schicken. Oh, sind das wenige. Wie viele Brunnen habe ich denn? Zwei. Und da brauche ich Brunnen für die Mühle. Das glaube ich auch. Okay, Zeit. Ich habe haufenweise Ressourcen. Ich kann jetzt mich mehr darauf fokussieren, mehr Kram zu bauen. Ich komme zu dir. Nice. Oh, warte mal. Ich kann... Gelb ist doch der Feind. Ja, okay. Dann kann ich parallel den Rest schon mal... Genau, das... Das für den... Ja. Das war die Idee mit dem Savage. Let's go. Das mache ich. Ehrenmann. Vielen Dank. Erik, hätte ich dich nicht... Erik, Mann. Hätte ich dich nicht, würde ich hier... versagen. Das ist... Das hört man immer gern. Es ist doch schön, gebraucht zu werden. Ja. Ich glaube, wenn ich übrigens richtig im Kopf des... richtig im Kopf habe, du brauchst immer zwei Farmen für... Also zwei Stroh jeweils aus den Farmen für die jeweiligen Sachen oder für eine Bäckerei, damit das optimal läuft. Also, damit das effizient ist. Das habe ich mir von dir von letztem Mal gemerkt. Das hast du gemerkt. Versuche ich so zu machen, genau. So, warum greift der mich jetzt nicht weiter an eigentlich? Ich nutze jetzt einfach mal den Moment und ballere hier mal richtig Katapulte hin. Die schießen Steine auf die Gebäude und treffen dann im besten Fall die Gegner. Ich sollte jetzt erst mal sicher sein, dadurch, dass ich meine Männle vorne habe. Das ist gut. Andersart. Aber du brauchst nicht diese Fleischerei. Schade, dass man nicht so eine Kampagnenmission zusammen machen kann, weil das wäre eigentlich vielleicht mal ganz gut gewesen so zum Einstieg. Wir sind jetzt halt voll reingeworfen in das Spiel. Geil. Ja. So, ich mache ja mal die ganzen Sachen weg. Die ich... alles schon weiß. Oh je, ich habe mich alles gar nicht befolgt. Ich gucke eigentlich immer oben. Oh nein. Was gibt's da? Oh oh. Shit, der Antropod ist da. Okay, nee, weißt du was, dann evakuiere ich das Gebäude. Ich muss ihn rankommen lassen, weil sonst bin ich tot. Das ist nicht gut. Wir wollen nicht tot sein. Das macht direkt Ham. Ah, das macht direkt Ham. Ich habe noch gerade festgestellt, dass die Jagdhütte dir ja direkt Fleisch kippt. Ja, genau, den macht ihr direkt Fleisch. Das ist tatsächlich wichtig zu wissen, ja. Und da brauchst du jetzt nicht das Schlachthaus noch. So, ich habe jetzt einen Hafen gebaut und baue jetzt an dem Hafen ein Schiff und dann versuche ich mit dem Schiff zu einem anderen Hafen zu kommen. Was toll ist, um ja halt irgendwie irgendwo voranzukommen, I guess. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt ganz andere Probleme. Okay, also der Typ kräft mich nicht weiter an. Warum nicht? Das ist komisch. Produzieren die eigentlich schon Münzen, ist die Frage. Boah, du bist wirklich der absolute König gerade Münzen produzieren. Du bist wirklich weit voraus. Also du bist gerade richtig, richtig stark. Wunderbar. Ich versuche jetzt mal irgendwie, dass ich schneller zu dir komme. Im besten, indem ich... Na, mit der Festung bist du schon gut dran. Ja, ja, genau. Aber du musst... Ah, Mist. Ich habe halt auch keine Nahrung. Das bedeutet, ich brauche halt tatsächlich diese Farben, die ich brauche. Also eigentlich kann ich auf nichts verzichten gerade. Ja. Okay, nee, das muss schon so sein. Also ich brauche noch mehr Kohle. Gibt es ja eigentlich nirgendwo Kohle. Also, nur da vorne. Oh Mann ey, jetzt legt er aber los. Shit, es kann gut sein, dass ich bald keine Mendel mehr habe. Was ist denn eigentlich mit meiner Produktion die Mint, die macht... So, ich habe jetzt hier schon ein bisschen höhere aufgewertete Leute. Oh Gott, die sterben aber schon alle. Die sehen anders aus. Oh, Erik, das wird so knapp. Weiß. Ich komme. Also, ich würde gerne kommen, aber weiß nicht. Ja, was kann ich denn machen? Was kann ich denn abbrechen? Dieser eine Strangle hier nach oben kann ich abbrechen? Du kannst mich dafür verführen, dass ich so blöd war. Ob das so schnell extensiert hat. Aber die brauchen jetzt auch noch zwei. Na guck, die brauchen halt auch noch zwei Holz. Sammel. Sammel. Sägemühle gebaut. Sammel. Oh, nee, der hat ja auch schon Elite-Einheiten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht mich alles fertig hier. Boah, ich bin gerade so schlecht dran. Mein Fehler war einfach tatsächlich, dass ich keine zweite Sägemühle gebaut habe. Das ist gerade mein absolutes Bottle. Ja, das ist doof, ja. Ich habe auch nicht aufgepasst. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade total verplant. Ich habe gerade gar nicht darauf geachtet, was so geht. Warte, wir machen jetzt erst mal das hier wieder anders. Ach, hier wird jetzt die zweite Sägemühle. Oh, nee, fuck. Oh, jetzt habe ich was müssen gebaut. Naja. Okay, die zweite Sägemühle sind out. Riesengebiet, das bringt mir aber alles nichts. Ich sehe überall wieder nur Stein und Eisen. Toll. Am besten baue ich eine dritte Sägemühle. Ja, genau, ich habe auch drei. Ich glaube, das ist... Wie sieht das bei meinen Ressourcen aus? Ja, Bottle Munk. Es gibt doch hier so nur... Du magst das Wort, ne? Okay. Ja, scheinbar. Boah, jetzt sind langsam meine Katapulte fertig. Die könnten mir wirklich gerade noch so den Hintern retten. Aber der Gegner greift mich gerade konstant an und ich habe gleich keine Leute mehr übrig. Oh, Okay, warte mal. Habe ich jetzt überhaupt genug Ressourcen? Ich habe ja auch nur eine Farm, das ist schlecht. An sich sind ja diese Forster eigentlich auch gar nicht nötig, weil ich finde es eigentlich gut, wenn die Bäume wechseln, dann habe ich mehr Bauchlächen. Exakt, es ist halt immer so eine Mischung, die du einhalten musst. Förster, alle abreißen, die brauche ich gerade tatsächlich nicht. Bitte, ich brauche Stein. Aber ich brauche... Warum habe ich eigentlich so wenig Stein? Oh, es ist gerade einfach eine Katastrophe. Okay. Und der andere kommt auch langsam und baut zurück über eine Festung. Halleluja. Ich kriege gar nichts mit, du bist, du machst so kaum sie den Kampf alleine und dich hier so lalalala. Komm, bitte, bitte, gib mir Stein für die Katapulte. Bitte, bitte, bitte. Wangenholt wird irgendwann gebaut. Irgendwann wird es kommen. Oh, tatsächlich, meine Defensive hält ganz gut. Der Gelbe ist jetzt fast so schwach wie ich. Das Problem ist, der Grüne ist so stark wie du. Wie kann das denn sein? Du hast viel mehr Coins produced. Hast du mal geschaut, dass deine Gebäude auch wirklich gefüllt sind, dass die Münzen auch irgendwo hingehen, wo Leute drin sitzen? Weil du hast aktuell ausreichend Leute, um wirklich mal die Gebäude voll zu machen. Aber wie kann ich denn, dass die Soldaten jetzt in dieses Guardhouse zum Beispiel gehen? Dass du, du gehst auf die, also die sind standardmäßig, sind da immer Leute drin? Äh, aber halt unterschiedlich viel, je nachdem, wie die Nasen dran sind. Das siehst du an dieser Flagge, die vor dem Gebäude steht, die weiße, wo so ein Kreuz drauf ist. Wenn da gar keins drauf ist, dann bist du ganz weit weg und so weiter. Das kannst du aber alles einstellen. Oh, Katapultschuss. Oh, der tritt sogar. Peng. Geil! Nice, ich hab die Gegner weggebracht. Ähm, und zwar, gehst du auf dieses, auf dieses, Mann, wieso kann ich dieses blöde Glühle-Lampen-Ding nicht benennen? Ähm, du gehst da drauf und dann hast du im zweiten Tab, äh, die Default-Military-Settings und da musst du das so einstellen, dass du bei Close und Medium eine volle Leiste hast. Ich hoffe, du verstehst, was ich damit meine. Versuch's mal herauszufinden, warte. Ich glaube, ich krieg's wieder zusammen. Ähm. Troop-Strengths relative to Range of Enemy-Building. Naja, das nicht. Ähm, also, ich schreib mal, ich stell mir die Frage anders. Ich hab mir, ganz am rechten, unteren Rand von mir, baue ich die Stronghold, die ist noch nicht fertig und davor ist dieses Guardhouse. Wie krieg ich das denn hin, dass ganz viele Leute in dieses Guardhouse gehen? Genau, indem du sagst, dass, äh, da mehr Leute reingehen, also, dass, dass auf jede, auf jede Distanz zum Gegner mehr Leute reingehen in die Gebäude und das machst du, wie gesagt, bei dieser, mit dem Ding, was ich unten dir gesagt hab. Das ist ein Military-Menü und das heißt, dass ich Long-Off ganz voll mache? Du machst es einfach, wenn du wirklich in allen Gebäuden, alle Leute haben willst, machst du einfach alle drei Regler komplett voll. Ja, das mach ich mal. Perfekt, ich hab's entstanden. Dann, was hab ich mir das nicht gemacht? Das ist so. Nice, ich hab den tatsächlich grad weggeballert. Sehr gut. Okay. Ähm. Trotzdem bin ich ziemlich schwach. Wie viele Leute hab ich überhaupt? Ähm. Darfst du mal eine Frage stellen zwischendurch? Oh Gott, ich hab kommen, Leute. Ja? Wow. Ähm, wie viele Holzfäller brauchst du denn pro Sägemühle? Du brauchst eins zu eins. Okay. hab ich, ja. Oder? Ja, doch, ungefähr. Sehr gut, so mach ich das. Oh, cool. Ich kann, oh, mein Schiff fährt. Uh. Mein Schiff fährt. Ja. Ja. Kannst du, siehst du das auf der Karte? Wie sich das jetzt erweitert? Ja. Schiffen kannst du mir auch mal erklären. Na, im Grunde sind die Schiffe wie eine Straße, bloß eben übers Wasser. Ja, perfekt. Und die können halt Ressourcen transportieren von A nach B und du kannst halt an Hefen rangehen. Ah, der ist jetzt schon belegt. Ähm, und kannst eben über viel größere Distanzen hinweg das machen. Boah, ich grad, Eric, du kommst nicht voran, weil du haufenweise Baustellen hast, die du alle Stück für Stück langsam mit Holz versorgst. Ja. Oh je, oh je, oh je. Und du hast ja auch noch nicht abgeschnitten, deswegen dauert das jetzt ewig. Oh oh. Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich absteigen soll. Ja, im Grunde einfach die Straßen mal wegmachen, wo du die Gebäude wieder abreißen erstmal, die kannst du später wieder hinbauen, ne, solange du halt die Ressourcen brauchst. Weißt du, was ich meine? Ich hab jetzt jetzt, also ich wusste nach vorne schon, was du meinst, keine Sorge, aber, äh, ich hatte halt das Gefühl, dass ich die Eisenmeni auch irgendwie brauche tatsächlich und ich brauch die Farben, weil ich als nächstes kein Essen hab. Genau, aber als allererstes brauchst du erstmal die Grundressourcen, um das zu bauen. Ja, das stimmt. Aber ich hab jetzt eine zweite Sägemülle. Das heißt, das hat er helfen. Und die dritte Sägemülle ist auch im Bau. Also, ich glaube, geht gleich voran. Hoffe ich. Denke ich und hoffe ich. Ich wünschte, ich würde dir das Holz abgeben. Ich besuche hier auch. Das wäre schön. Oh, ich sehe ja schon den Grün. Ach du Scheiße. Ah, oh mein Gott, ich habe gleich den Grün hier an meiner Backe. Tatsächlich? Oh nein. Ja, 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 verdammt. Ups. Ich umfahre jetzt einmal nicht gerade mit meinem Schiff. Ja, das bringt mir jetzt gerade auch nicht so viel. Das muss ich mir vielleicht mal anfangen, wenn ich Zeit habe. Habe ich eigentlich schon wieder irgendwas vergessen? Er hackt meine Steine ab, ich fasse es nicht. Was macht eigentlich der Donkey-Typ hier? Der macht was, okay. Also, wir konzentrieren uns total auf gelb erstmal, ja. Aber ich muss trotzdem meine südliche Flanke irgendwie verteidigen. Ich kann oben an deinen Hafen rangehen, wenn ich das würde. Das bringt uns aber nichts. Oh je. Okay. Ja. Boah, das ist gerade alles so scheiße. Oh, das ist cool. Halleluja. Okay. Also, es ist gerade überhaupt nicht entspannt für mich. Ich mache aber auch gerade einfach nur totalen Quark. So. Der hat da jetzt eine Baracke gebaut. Das ist schlecht. Okay, was machen die die Ressourcen? Die sind okay. Ich brauche immer noch mehr Steinen. Oh Mist, jetzt kommt der auch zu mir. Also, der Gründe kommt vor allem auch viel mehr auf mich drauf. Oha. Ich glaube, ob ich noch irgendwas einstellen kann. Äh, Construction Works. Wasser. Geschickt, wenn der jetzt hier ankommt, dann werde ich echt rapp. Dann werde ich komplett kaputt. Ja, ich hätte nicht mehr coachen sollen, das ist das Ding. Kein Essen, ist okay. Okay, ich habe auch gar kein Getreide. Okay, sehr gut. Das Grundproblem, wie gesagt, ist immer noch, dass du nicht ausreichend Dings produzierst. Ja, ich weiß. Immer hier konntest du ein bisschen was umstellen. Alles gut. Brauerei. Brauche ich denn? Ich brauche auch Soldaten. Aber ich brauche vor allem auch Essen. Ja, wohl Essen? Ja doch, ich brauche auch Essen. Ja, das ist schon alles gut eingestellt, denke ich. Oh, 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 schade. Ah, der Katapulto schießen auf den Gegner drauf. So, was sagt denn die Statistik? Ich nutze die Statistik tatsächlich wirklich praktisch, weil die Militärer Strength Statistik, wo, warum sehe ich denn den eigentlich mehr? Da ist er. Okay, ich bin stärker als der. Okay. Produziert er dann eigentlich? Okay, aus irgendeinem Grund hat Gelb noch keine Münzen produziert. Du bist wie gesagt immer noch absoluter Spitzenführer, was die uns produzieren. Das kann ich doch viel besser gehen. Achso, nee, warte, ich habe kein Bier. Oder? Habe ich Bier? Ja, ich habe 28 Münzen. Achso, ja, zum Upgraden. Ja, perfekt. Stimmt, stimmt, das brauche ich ja. Upgraden kann ich, weil ich habe Soldaten, die kann ich upgraden. warte, du jetzt mal überall evakuierten Soldaten aufmachen. Aber in meinem Haus, in meinem Hauptquartier Upgraden ist nichts, oder? Genau, da geht das nicht. Es geht nur in den richtigen Militär. Warte mal, meine Militär-Westrang sollte jetzt gleich noch viel stärker werden, weil ich jetzt mal die Leute tatsächlich upgradee. Oh, nice, ich habe jetzt vorne auch ein paar Münzen reinbekommen, sehe ich gerade. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir gehen jetzt mal kurz hier, das ist jetzt ein bisschen nervig. Mit dem Punktknopf kann man all seine Militärgebäude durchgehen, was ist total praktisch, um zu sehen, wo du gerade noch Leute drin hast, wo die vielleicht auch gar nicht sein sollen. Ja, wir gehen mal hier raus. Ich brauche noch ein Holz, so, Stronghold rechts und dann, ja, ich glaube, es kommt gerade. Ich bin gleich bei dir. Super. Nein! Oh, ist die Tür. Okay, ich mache die Straße weg. Oder? Ja, ich mache die Straße weg. So, die Fischermänner müssen jetzt schnell das ganze Zeug fischen bis zum Bild. Wann soll? Ich habe jetzt einmal die Karte umrundet. Jibiii, jetzt siehst du jeden Hafen. Es gibt echt viele Häfen hier. Sehr gut. Bringt mir nur alles nix, weil ich gerade eh overextended bin. Ich bin gerade richtig hier, ich fühle mich wie Persien. Das persische Reich. Sehr gut, ich mag diese Geschichtsunspielungen, die mir jetzt nicht komplett bewusst sind, aber... Die was? Die lost sind? Also, die mir nicht komplett bewusst sind, also im Sinne von, äh, ich kann es jetzt nicht gut nachvollziehen, aber... Ich fände die Mühe, ich glaube, das war so das Problem. Das Problem war schon immer von jeder militärischen Macht, dass du, wenn du krass bist, eroberst du ganz viel Gelände, dann irgendwann hast du aber so viel Gelände, dass dir die Logistik auf die Füße fällt. Ja. Da musst du halt gucken, oh, wie bring ich denn jetzt das ganze Zeug von A nach B und dann, na, in jeden Krieg immer. Ja, stimmt. Oh Mann, jetzt hat der gleich seine Festung fertig. Oh, ich hoffe, ich bin bereit dafür. Oh, ich sehe schwarz, Erik. Ich sehe schwarz. Okay, ich habe, ich habe ein paar Fehler entleckt. Oh, jetzt sind die ganze Farben fertig. Okay, 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 also der Grüne wird mich gleich richtig fertig machen. Ach, du weißt, was? Ich versuche zu kommen, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe kein Essen und ich habe kein Holz. Das Ding ist, du musst, genau, du brauchst gerade eigentlich scheiß mal auf das Essen. Das Ding ist gerade, du hast haufenweise Münzen produziert, du musst jetzt nur noch gucken, dass deine ganzen Leute, die du hast, eben die ganzen Münzen bekommen und stärker werden und dann die ganzen Leute in die richtigen Gebäude reinkriegst schön weit vorne an der Front. Ich habe gerade 28 Goldmünzen ausgegeben, also die wurden gerade alle geupgradet, kann ich dir sagen. Und jetzt tu ich, du siehst, den Stronghold ist gleich fertig, also 50 Prozent, alle Ressourcen da, dann greife ich Geld mit an, okay? Nice. Und ich bin dann die Stronghold dann einfach alle rein und meine ganzen Farms sind jetzt fertig, das heißt, Essen habe ich auch gleich. Yo, jetzt geht's los. Jetzt würde ich dich angreifen. Ach, du Scheiße. Vielleicht habe ich Glück und er greift mich nicht an, weil ich gerade relativ starke Leute habe. Boah, Eric, also deine Military Strength geht gerade richtig in die Höhe, weil du wahrscheinlich jetzt die ganzen Gebäude... Genau, das ist richtig, richtig gut. Du hast was gesagt, du hast was gesagt. Er ist sehr stark. Ja, er greift mich an, Scheiße. Gott, da wird das heißen. Brauche ich irgendwas, um das Zeug aus der Steinmähne zu verarbeiten, damit das zu Stein wird? Nö, Stein wird immer sofort. Okay, danke. Gemacht. So, weißt du, wer macht das Gebäude jetzt mal? Ja! Bau! Bau! Ich muss da dir auch helfen. Oh je, oh Gott, der hat total krasse Generäle. Ah, die sind meine, lol. Ja, ich habe ja meine Generäle. Nice. Die kämpfen gerade gegen den Bot, der hat auch nicht wirklich gute Leute. Wischen diese oder Asiator oder was auch immer das ist. Soll ich jetzt gelb angreifen oder grün? Warte mal, ich glaube, die Wahl hat ganz ganz ganz... Was auch immer du zuerst angreifen kannst. Ja, das war gelb. Ja, das ist gelb. Wir machen gelb fertig, die sind eher die besseren. Wir haben ja gewonnen. Ja. Okay, okay, okay. Ich spiele auch gleich mit, Thaddeus. Ich spiele gleich mit. Okay. Ich komme, ich mache jetzt einen Angriff auf die Welt. Let's go. Wobei, ich muss jetzt eigentlich die Flanke unten halten. Der ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal, der Typ hier oben. Ich mache jetzt einfach mal den. Ja, ich brauche hier einfach mal so ein Gebäude hin. Oh, 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 oh. Stopp, 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 stopp. Okay, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir den machen, dann das raus und dann, oh, jetzt wird's kompliziert. Leck? Das ist verrückt. Wie kann dieses Spiel leck? es gibt eigentlich so viele, was man noch so erklären kann, aber ich, ich komme gar nicht dazu. Oh, ist, ja, der Stein hier ist weg, jetzt schlecht. Oh, der Strollbeck ist fertig. Es geht los, Thaddeus, es geht los. Let's go. Boah, es ist echt so, ist so krank gerade. Also, ich bin wirklich so knapp gerade. Wenn der jetzt das Gebäude kriegt, dann bin ich echt RIP. Ab aktuell halte ich es noch ganz gut. Ich bin einfach Fun, mal hoffe ich. So, und jetzt greife ich ihn an. Er hat eine Baracke, Kann ich dich jetzt angreifen von meiner Stronghold aus? Ja, einfach mal draufklicken. siehst du? Ja, kann ich, kann ich, kann ich. Nice, let's go. Ich gucke dir zu. Ich werde ihn töten. In derweite baue ich ja schon mal die zweite Stronghold. Boah, das ist gerade so ein Zwei-Front-Krieg hier. Okay, aber ich habe echt gerade Glück. Ich habe jetzt wirklich rechtzeitig doch meine Leute dazu bewegt. Er hat keine Chance. Schau aus, der hat. Ja? Nice. Okay, jetzt musst du nur die ganzen Gebäude von denen irgendwie mal kriegen. Die eine Festung, die du da brauchst, kannst du eigentlich sein lassen. Die brauchst du nicht mehr. Du musst jetzt einfach überrennen. Du musst jetzt mit deinen ganzen Leuten einfach nur komplett den Weg überrennen. Mach es, warte mal, ich guck mal, was ist denn sein Military Strength? Die kriegst du weg, easy. Du kannst wegzimmern. Ja. Er ist gelb. Ah ja, er ist gelb. Okay, okay, ich bin ja viel besser. Okay. Den musst du komplett wegmachen, ja. Nice, du hast es also sogar schon als Menü gecheckt. Siehst du das? Warte, ich guck zu. Oh, yes, das ganze Gebäude. Oh, fuck, der hat einen Katapult. Oh, das war auch schon sein Hauptquartier. Perfekt. Okay, einfach noch ein Stück weiter nach rechts. Komm, ich muss jetzt mitmachen hier. Ich komm jetzt mit dazu. Ich hab hier noch ein paar Leute im Hinterland. Ich greife mit an. Let's go. Und unten krieg ich gerade sogar halten. Okay, ich seh meine Katapulte liefern. Aber ich kann das eine Quartier nicht angreifen, diesen Watchtower. Wahrscheinlich, du musst jetzt auch mal ein neues hier, ne, Lagerhaus bauen, damit deine Leute schön weit vorne sind. Ja, jetzt kann ich angreifen. Nice, ich hab das eine Gebäude, okay. Ja, du greifst das an, perfekt. Oh, Eri, es ist gerade so ein Teamplay. Oh, Das ist ein Hauptquartier. Ah, yes, perfekt. Perfekt. Wenn wir das kriegen, das war es. Wir müssen nur die Hauptquartiere zerstören. perfekt. Wir haben gleich gewonnen. Ja, ja. Es war das Long Game. Du hast, du hast es verteidigt und ich habe irgendwas gemacht. Easy, let's go. Oh mein Gott, was? Ich habe tatsächlich gerade von dem Typen das, no way. Ich habe gerade eine Stronghold von dem Typen kaputt gemacht, von dem grünen. Also, der bröckelt. Ja, Tatsache. Crazy. Äh, wie kriegen sie? Welcher von den beiden war jetzt weniger schwer? Der grüne? Der grüne, ja. Ja, ah ja, okay, das merken wir ein bisschen. Also, du hast den gelben sehr gut verteidigt, kann man sagen. Du hast ihn zermürbt und jetzt wird er gleich kommen bitte sterben. Nice. Okay, ich habe ein paar, ich habe halt einfach so wenig Leute. Krass. Ich habe, in drei Gebäuden habe ich gerade Leute drin, ne? Ja, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Easy. Den hast du, okay. Ich glaube, den kannst du in Ruhe lassen, der kräfte ich jetzt nicht mehr an. Ja. Der ist quasi RIP. Ich werde da jetzt in jedem Gebäude hat er jetzt halt noch ein Männle drin sitzen und oder das kann man sogar sehen. Ja, genau, das kannst du sehen, indem du nämlich an die Militärgebäude rangehst, äh, reinguckst, da ist so eine kleine Flagge mit kleinen Fähnchen dran und diese Anzahl an kleinen, langen Fähnchen ist, wie viele Gegner da drin sind. Das heißt, in der einen Festung gehört nur noch zwei drin und immer, wenn nur einer drin ist, dann kann er nicht angreifen, sondern nur verteidigen. Das Witzige ist, genau in dem Moment, wo wir ihn gerade besiegt haben, ist jetzt dieses Stronghold in dem Grün fertig geworden. Das heißt, den macht jetzt auch gleich kaputt. Nice. Ja, was er gesagt hat. Ja, komm, let's go. Dann rushen wir jetzt schnell rüber. Ich evakuere jetzt hier die Bude bei mir. Okay, okay, okay. Okay, langsam habe ich wieder ein paar Leute. Aber gelb, gelb ist aber jetzt trotzdem noch ein funktionierender Spieler, oder? Ohne Hauptquartier, oder wie ist das? Ja, genau, der funktioniert trotzdem. Ich, ich, ich kenne mich, glaube ich, nur so viel gut aus mit dem Spiel, um zu wissen, dass der jetzt halt nicht mehr angreifen kann, weil er einfach keine Militärleute mehr hat. Ja, das sind Beispiel die Stronghold mit fünf Leuten noch, also ich würde mal versuchen, trotzdem noch... die hat, das sind jetzt zwei Leute drin und das siehst du jetzt gleich, wie die Fahnen sich entfernen, wenn die rauskommen. Zack, eins und zwei, jetzt sind die Fahnen. Die zwei Leute sitzen da noch drin, ansonsten ist die dann weg, die Stronghold. Boah, ich kann nicht glauben, dass ich, das ist gerade wirklich so ein absolutes Chaos hier bei mir. Also ich, ich weiß nicht, es tut mir leid an alle, die hier zugucken und die sich, und die sich auskennen mit dem Spiel und sich dann so denken, alter Verwalter, ey, was für ein Dude. Ich hab jetzt, ich hab jetzt 65 Holzbretter und hab so ein bisschen mit den, nice. mit den Sägemöbeln überdrieben, muss ich sagen. Gut, also mehr Leute, steht Territory Lost der Enemy, obwohl das deine Truppen sind. Okay, ich guck mal kurz, der hat da oben, bei allen Militärgebäuden, wo nur eins und so eine lange Fahne dran ist, die können uns nicht mehr angreifen. Das ist die Regel. Kannst du mir das erklären, wieso? Weil, wenn eine einzige Person, Ach so, wenn eine einzige Person. Ja, verstehe. Weil, genau, du kannst immer nur mit, Alter, warum kann ich kein Deutsch? Es können immer nur so viele Leute angreifen, bis eine Person noch übrig ist im Gebäude und die Person bleibt immer da dran. Es muss eine Person quasi das Gebäude halten, solange es nicht evakuiert ist. So, keine Ahnung. Das macht wahrscheinlich total Sinn. So, jetzt mache ich hier meine, jetzt kommen hier meine Weaklingsleute rein. Oh, jetzt kommen die Münzen hier. Oi, 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 oi. Jetzt wird geschallert. Ach so, ich muss jetzt sagen, das ist auf Long Range. Schnell, schnell. Nice. Grün wird jetzt auch fertig gemacht. Bist du bereit? Ja, ich zeige gerade den Zuschauern, wie das Münzsystem funktioniert. Da kommt eine Münze rein und jetzt werden die alle jeweils ein Feld geupgradet, dadurch, dass sie so einen besseren Rang bekommen in so diesen amerikanischen Rangsystemen und dadurch kriegen die alle mehr Leben. Wey. Und dementsprechend ist es effizient. Oh Gott, der war auch so ein Katapult. Okay, wir machen jetzt einen Race zu dem Hauptquartier. Bist du bereit? Der Watchtower ist gleich fertig. Ah ja, jetzt ist der Watchtower gleich fertig und dann bin ich bereit. Also ja, ja, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Kann losgehen, bin bereit. Nice. Boah, die Fischer hier sind echt MVPs. Oh, der hat... Okay. jetzt habe ich hier langsam keine... Ich habe gerade gar keine Arbeitskräfte mehr übrig. Das ist schlecht. Oh, er hat das 16 Soldaten. Achso, nee, 16. Achso, das sind meine. Hä? Ah, neun. So, ja, ah, jetzt habe ich das verstanden. Okay, ja, Where's im Hauptquartier? Ich bin bereit. Ich greife an, ich greife an. Greifst du auch an? Ja, gleich. Okay, wow, ich bin eine Menge Leute. Das Problem ist, ich muss jetzt erstmal wieder richtig umpositionieren. zack, 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 zack. Aber geht es jetzt schon los, oder soll ich nochmal zurückziehen? Du kannst loslegen. Okay, ich habe das Läge los. Ich lege auch gleich los. Ich laufe aber lange, ich laufe lange, wird er nicht halten. Ob der Graf sagt, er wird nicht so lange halten. Ah, ich... was wäre das was für ein Gebäude? Das hier? Oh. Nein, keine Münzen mehr. Keine Münzen. Oh, ich habe das Hauptquartier gleich schon. Warte. Ach, shit. Upsi. Da ist es schon. Echt? Wirklich? Boah. Okay, krass. Ich habe... Okay, ich greife jetzt an. Das wird jetzt mal das Hauptquartier. Oh, lol. Ich habe gerade das Gebäude kaputt gemacht, dass ich gerade reingehen wollte. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Hä? Hä? Sind meine Leute einfach weg? Ja, okay, die sind jetzt einfach hingegangen, um wieder zurückzugehen. Classic. Classic. Wow, ich glaube, ja, ohne Scheiß, ich... Du machst sie jetzt weg und dann ist es war's. Ich habe einfach nichts gemacht. Klar, du hast das ganze, du hast das Spiegel-Carry, du hast die ganze Zeit gelb aufgehört und grün. Ich kam jetzt halt einfach an. Adi, lass mal in der nächsten Runde genauso machen, aber gegen zwei schwere RKI ist rein. Können wir machen, ja. Dann hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen fairer ist, dass du nicht am Anfang die ganze Arbeit machen musst. Ehrlich gesagt, ich war jetzt gerade einfach ein bisschen neben mir, I guess. Ich habe mich wirklich nicht konzentriert. Ich dachte, wir hätten irgendwie mehr Zeit, tatsächlich. Du darfst nicht genug konzentriert, um sie aufzuhalten. Es reicht zu errichten. Haben wir überhaupt eine Sieges? Hast du überhaupt eingestellt? Destroyable Enemies? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja. Okay. Oh, komm, du hast ein Mendel, der da noch steht, ne? Ah, du hast ein paar mehr, mal gucken. Ich gucke jetzt hier zu, ob es jetzt gleich, jetzt war es das gleich. Ja, ich glaube, das ist der letzte Gegner. Ja. Oh, shit. Okay, ja, das war tatsächlich genau eine Stunde, die wir gerade gespielt haben. Also, so ziemlich. Ähm, das war wild. Okay, wenn du möchtest, können wir noch eine kleine Quick and Dirty Runde machen. Das möchte ich. Sorry. Ich könnte, ich, das war jetzt, das war jetzt, wie ich jetzt abgefahren habe. Pass auf, das sage ich dir. Ja, geil, geil, Okay, sehen wir uns gleich, pass auf, eine Sekunde, ich mache kurz Pause. Tschüss. dot espera, Untertitelung des ZDF, 2020